So, voll super Platzung. Hier ist geil. Ich hoffe, dass wird sich in Zukunft sehr, 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 sehr viel ändern. Also, seid auf jeden Fall gespannt, was passieren wird. Ähm, und ja. Und, wie geht's dir heute so? Erzähl mal, wie geht's dir? Refresh? Magst du Menschen? Ich mag sie auch nicht. Das ist ja auf jeden Fall mal ungleich. Hab wieder natürlich was zu sagen. Digga, wie kann das denn, man kauft sich ein Spiel, du musst 80 Gigabyte runterladen. Und da ist so verfickte CD drin. 80 Gigabyte. Der darfst du noch. Ja. 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 Ja.